Die Conservative and Unionist Party, kurz Conservative Party oder umgangssprachlich Tories genannt, ist eine politische Partei im Vereinigten Königreich im rechten bzw. mit der rechten Spektrum und besteht seit dem 19. Jahrhundert. Im auf dem Mehrheitswahlrecht basierenden britischen Zweiparteien-System ist sie eine der beiden Parteien, die abwechselnd die Rolle der Regierungs- und die der offiziellen Oppositionspartei wahrnehmen. Ihre Gegenspielerin war bis zum Ersten Weltkrieg die Liberal Party, deren Rolle danach allmählich von der Labour Party übernommen wurde. Auf europäischer Ebene ist die Konservative Partei Mitglied der Europäischen Demokraten, welche nach der Europawahl 2009 in der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer sowie der Europapartei Allianz der Europäischen Konservativen und Reformer aufgingen. Geschichte Die Konservative Partei bildete sich um 1830 um Robert Peel aus einer schon lange zuvor im Parlament des Vereinigten Königreichs existierenden lockereren Gruppierung, der Tory Party. Die Konservativen werden daher heute noch als Tories bezeichnet. Ihr erstes Programm, das Tameworth Manifest, formulierte sie 1834. Als informelle Vereinigung ihrer Führungszirkel gilt der renommierte Carlton Club. Nach 1846 befand sich die Partei in der Opposition. 1874 errang sie unter Benjamin Disraeli wieder eine Mehrheit und stellte mit Lord Salisbury und Lord Belfour zwei bedeutende Premierminister. Seit der 1912 erfolgten Vereinigung mit der Unionist Party, einer Abspaltung von den Liberalen, die gegen die irische Selbstregierung eintrat, heißt die Partei offiziell Conservative and Unionist Party. Im 19. Jahrhundert waren die Konservativen die Hauptverfechter der Politik des Imperialismus. Unter Premierminister Benjamin Disraeli wurde Königin Viktoria zur Kaiserin von Indien gekrönt. Die Frage des Freihandels spaltete allerdings die Partei während des ganzen 19. Jahrhunderts und führte 1906 zum letzten großen Wahlsieg der Liberalen. Der spätere konservative Premierminister Winston Churchill verließ während dieser Zeit die Konservativen und wurde ein Liberaler. 1922 führte eine parteiinterne Revolte in der konservativen Partei zum Sturz des liberalen Premierministers David Lloyd George, der seit dem Kriegsjahr 1917 einer Koalitionsregierung vorgestanden hatte. Ab diesem Zeitpunkt löste die Labour Party die Liberalen zunehmend als Hauptkonkurrent der Konservativen, die seither bis in die Gegenwart noch häufiger den Premierminister stellten. Ab und konnte 1945 erstmals die absolute Mehrheit erringen und somit eine Alleinregierung bilden. Sie löste die seit 1940 bestehende Kriegskoalition unter Winston Churchill ab, der allerdings 1951 wieder einen Wahlsieg für die Tories errang. Die längste Amtszeit im 20. Jahrhundert hatte die konservative Premierministerin Margaret Thatcher inne, für deren Politik der Begriff Thatcherismus geprägt wurde. Unter Thatcher wurden die Tories auch CEU-Skeptischeren der großen Parteien des Vereinigten Königreiches. Die Haltung zur Europäischen Union und zur Einführung des Euro hat die Partei bislang gespalten. Nach dem Wahlausgang 2010 ist ein Memo zur Europapolitik bekannt geworden, das die Koalitionsverhandlungen beeinflusste. Ein Problem für die Partei ist die starke Überalterung ihrer Mitgliederschaft. Sie ist seit 1980 von annähernd 400.000 auf etwa 260.000 zurückgegangen. Mit den Conservative Trade Union ist verfügt die Conservative Party über eine Arbeitnehmerorganisation. Zwischen 1979 und 1997 stellte die Conservative Party mit Margaret Thatcher und John Major den Premierminister. Nach der Wahlniederlage von John Major gegen Tony Blair bei den Unterhauswahlen 1997 befand sich die Conservative Party in der Opposition. Nach den Unterhauswahlen 2010 konnte die Conservative Party unter der Führung von David Cameron eine Koalition mit den Liberal-Demokrats bilden. So löste David Cameron Blairs Nachfolger Gordon Brown als Premierminister ab. Bei den Unterhauswahlen 2015 gelang es den Tories entgegen den Umfragen eine absolute Mehrheit im Unterhaus zu erreichen. So dass die Liberal-Demokrats aus der Regierung ausschieden. Parteiführer Vorsitzende Während der Parteiführer der eigentliche Vorsitzende der Partei ist, kommt dem Chairman die Aufgabe eines Generalsekretärs zu, dem für den internen Geschäftsbetrieb der Partei zuständig und Leiter des zentralen Parteibüros ist. In den Zeiten, in denen die Conservative Party den Premierminister stellt, ist der Vorsitzende in der Regel Mitglied der Regierung. Meist als Minister ohne Geschäftsbereich. Neben dem Vorsitzenden bestehen oftmals stellvertretende Vorsitzende für wichtige Politikfelder wie Jugend-, Frauen- oder Kommunalpolitik. Vorsitzende der Konservativen waren 1911 bis 1916 Arthur Stiel-Meitland 1916 bis 1923 George Younger Viscount Younger of Leckie 1923 bis 1926 Stanley Jackson 1926 bis 1930 John Davidson John Davidson 1930 bis 1931 Neville Chamberlain 1931 bis 1936 John Baird Viscount Stonehaven 1936 bis 1942 Douglas Hecking 1942 bis 1944 Thomas Dordale 1944 bis 1946 Ralph Asseton 1946 bis 1955 Fred Eric Marquis Erlof Wollton 1955 bis 1957 Oliver Poole 1957 bis 1959 Quintin M.C. Quintin M.C. Garel Hock 1959 bis 1961 Raab Butler 1961 bis 1963 Ian McLeod 1963 bis 1963 Co-Vorsitzende Oliver Poole Baron Poole und Ian McLeod 1963 bis 1965 John H.C. Viscount Blakenham 1965 bis 1967 Edward Ducan 1967 bis 1970 Anthony Barber 1970 bis 1972 Peter Thomas 1972 bis 1974 Peter Carrington Peter Carrington 1974 bis 1975 William Whitelow Viscount Whitelow 1975 bis 1981 Peter Thornikhoft 1981 bis 1983 Cecil Parkinson 1983 bis 1985 John Goumar 1985 bis 1987 Norman Tebbitt 1987 bis 1989 Peter Brug Baron Brughoff Sattenmann Der Will 1989 bis 1990 Kenneth Baker Baron Baker of Dorking 1990 bis 1992 Chris Patton 1992 bis 1994 Norman Fowler 1994 bis 1995 Jeremy Hanley 1995 bis 1997 Brian Marwini 1997 bis 1998 Cecil Parkinson 1998 bis 2001 Michael Ankam 2001 bis 2002 David Davis 2002 bis 2003 Theresa May 2003 bis 2005 Co-Vorsitzende Liam Fox und Maurizio Sassi 2005 bis 2007 Francis Maud 2007 bis 2009 Caroline Spelman 2009 bis 2010 Eric Pickles 2010 bis 2012 Co-Vorsitzende Baroness Vasi und Lord Feldmann of Elstree seit 2012 Co-Vorsitzende Grand Chefs und Lord Feldmann of Elstree 3 6 6 6 8 8 11 12 12